Wie klingt eigentlich Weihnachten? Ist es dieser eine Song, der immer im Radio kommt? Oder wenn Opa Blockflöte spielt? Oder sind es vielleicht die Glöckchen am Schlitten vom Weihnachtsmann? Wir sind hier auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt und finden das jetzt heraus. Bisschen laut, bisschen Glühwein, eine Bratwurst schön, die am Grill liegt, das ist doch einwandfrei. So eine brutzelnde Wurst oder was? Klingling, klingling. Solche Glocken, ja. Glocken? Nein, so klingeln, so klingeln. Glocken, Leute. Diese Jingle Bells Glocken. Früher so eine Bimmel, wenn es Bescherung gibt und die Geschenke kommen, dann wird geklingelt. Klingling, klingling. Jingle Bells Jingle Bells Jingle Leute, ungefähr weiß ich nicht. Was ist so Ihr Weihnachtsgeräusch? Ka-ching. Es geht immer nur ums Geld an Weihnachten. Ich hätte jetzt gesagt Posaunenklinge, aber kann ich jetzt schlecht nachmachen. Also, ne. Wie soll ich denn das machen? Ne, das geht nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das Anzünden vom Streichholz, wenn ich die Kerzen anzünde. Kleppen von Glühweintassen. Komm her, mach mal. Na, das klingt doch gleich weihnachtlich, oder? Das typische Weihnachtsgeräusch ist, das der Schrei meiner Frau, wenn sie ruft, wir haben noch nichts für die Kinder. Wenn ich stöhne, weil mein Bauch so voll gegessen ist. Weihnachtslieder auf jeden Fall. Last Christmas, I give you my heart. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling.